Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine kleine Analyse meines Subs für euch. Es soll heute mal wieder ein Sub-Update geben, aber ich dachte, ich mache das ein bisschen anders als sonst. Sonst erzähle ich euch ja einfach nur, wie hoch der Sub so ist und was so Ursachen dafür sein könnten. Und ich dachte, heute erzähle ich euch mal ein bisschen mehr und habe meinen Sub ein bisschen analysiert. Natürlich ist der aktuelle Sub-Stand auch dabei, aber ich habe auch mal geguckt, was für Bücher genau habe ich denn da eigentlich auf dem Sub? Also jetzt nicht titelmäßig, sondern eher welches Genre. Sind es Reihen, sind es Einzelbände und im Vergleich zu den gelesenen Büchern, wie viele sind es denn da? Und ja, dachte deswegen, ich mache das heute mal ein bisschen so. Ist vielleicht ein bisschen interessanter für euch, als wenn ich euch immer nur so Zahlen nenne. Zahlen nenne ich euch heute auch, aber immer nur so, wie viele sind es denn jetzt eigentlich? Wird ja auch dauernd ein bisschen langweilig. Tatsächlich ist das letzte Sub-Update aber auch wieder drei Monate oder so her. Ich wollte es immer so im Drei-Monats-Rhythmus machen. Ich glaube, das kommt auch hin. September, ich glaube, das letzte war Anfang Juli. Von daher kommt nicht ganz hin, aber ungefähr. Und von daher wird es mal wieder Zeit, dachte ich mir. Der aktuelle Sub. Ich weiß leider gar nicht mehr, bei was mein Sub im letzten Update war. Ich glaube, es waren so um die 150. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Trotzdem weiß ich, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher, weil es auch recht logisch ist, einfach wenn man Neuzugänge mit den gelesenen Büchern vergleicht, dass der Sub gestiegen ist. Also ich bin mir ziemlich sicher. Und zwar liegt mein Sub im Moment bei 180 gelesenen Büchern. Ich muss sagen, ich bin erleichtert, dass ich noch unter den 200 bin. Ich habe ja schon bei der 100 einen kleinen Schock gekriegt. Und ja, 200 wird wahrscheinlich dieses Jahr auch noch geknackt. Aber jetzt bin ich erst mal noch ganz froh, dass es noch nicht so ist, auch wenn ich mich über meinen Sub freue und über diese große Auswahl. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Ich finde meinen Sub schön und ich mag ihn. Darauf sollte es jetzt auch gar nicht gehen. Insgesamt sind es 180 Bücher. Ich würde mal schätzen, er ist vielleicht so um 20, 30 Bücher gestiegen seit dem letzten Update. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es mir auch nirgends aufgeschrieben. Das regt mich ein bisschen auf, weil sonst habe ich mir es mal aufgeschrieben in meinem Buch der Bücher. Aber meinen letzten Stand habe ich irgendwie nicht aufgeschrieben. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ja, und dann dachte ich mir, ich gucke einfach mal, was habe ich denn so an Reihen, beziehungsweise was habe ich an ersten Bänden ungelesen und was habe ich an Fortsetzungen ungelesen. Und war tatsächlich ein bisschen überrascht. An ersten Bänden habe ich 48 ungelesene Bücher. Wobei ich jetzt auf einen Blick so sagen muss, ich wüsste gar nicht, warum es, also welche es sind. Ich dachte echt, von ersten Bänden habe ich recht wenig, weil ich lese die halt auch oft dann recht schnell, wenn es neue Reihen sind. Hatte ich so zumindest das Gefühl. Naja, nichtsdestotrotz sind es 48 Stück. Das ist gut ein Viertel der ungelesenen Bücher, nicht ganz ein bisschen weniger, aber schon eine ordentliche Menge. Das Lustige ist, dass ich Fortsetzungen, sprich zweite Bände, dritte Bände und so weiter, habe ich 49, also nur ein Buch mehr. Ich hätte echt gedacht, dass ich viel, viel mehr Fortsetzungsbände ungelesen habe, als erste Bände. Weil ich das Gefühl habe, dass ich so mega viele angefangene Reihen habe und ständig kommen neue Reihen dazu, die ich anfange, aber dann halt in dem Moment ja noch nicht beende. Das heißt, es werden eigentlich ja automatisch immer mehr Fortsetzungen, die offen sind. Woran ich mal nicht gedacht habe ist, und das ist auch logisch, dass ich ja die Fortsetzungen von den ganzen angefangenen Reihen noch nicht alle im Regal habe. Und deswegen ist die Zahl natürlich kleiner. Wenn ich jetzt nur die angefangenen Reihen zählen würde, wäre das natürlich viel, viel mehr. Ja, aber da ich mir die Fortsetzungen immer erst kaufe, nachdem ich den vorherigen Band gelesen habe und dann meistens auch nicht sofort, sondern erst, wenn ich ihn dann wirklich lesen will, stehen bei mir gar nicht so viele ungelesene Fortsetzungen. Und ja, aber ich hätte echt gedacht, dass es viel mehr ist als erste Bände. Umgekehrt hätte ich gedacht, dass die ersten Bände weniger sind. Also das fand ich gestern schon lustig. Ich dachte erst, das kann doch nicht sein. Das ist so viele angefangene Reihen. Aber ja, die Fortsetzungen kaufe ich dann meistens halt wirklich erst später, wenn ich sie wirklich dann auch lesen möchte. So viel zu Reihen und erst Menden. Ich habe dann noch mal geguckt, welche Genre liegen denn so auf meinem Sub? Ich habe mir drei rausgepickt. Und zwar Fantasy, dann alles, was irgendwie mit Liebe zu tun hat. Young Adult, Nude Adult und alles, was halt in diese Richtung geht. Und die Thriller habe ich mir noch rausgesucht. Und ja, wen wundert's? Natürlich ist das Genre, was am häufigsten auf meinem Sub vertreten ist, Fantasy. Weil ich Fantasy-Nummer am liebsten lese und mir Fantasy-Bücher deswegen auch am meisten kaufe. Das sind nämlich 59 Stück. Und ich glaube, da sind auch ein Großteil der Reihen drin. Beziehungsweise es sind wahrscheinlich fast alle Reihen, die ich... Ne, es macht keinen Sinn. Bei 59 Büchern und 90 Reihen. Naja, Mathe, ne? Ich Mathe-Studentin, aber kann nicht rechnen. Naja, auf jeden Fall wundert's mich nicht, dass das halt das Genre ist, was am meisten vertreten ist. Weil das lese ich halt auch einfach am liebsten. Und bei jedem Fantasy-Buch, was neu rauskommt, gucke ich dann erstmal, ist das was für mich? Ist das was für mich? Und ja, dazu kommen wir nämlich auch noch. Mein Wunschzettel ist dominiert von Fantasy, wie ihr in einem weiteren Video demnächst feststellen werdet. Aber auf jeden Fall hat es mich nicht großartig gewundert. Das sind 59 Bücher. Das ist schon ordentlich. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch wirklich alles dazu gezählt, was irgendwie in diese Richtung geht. Also nicht nur irgendwie so fremde Welten, sondern auch alles, wo es irgendwelche magischen Fähigkeiten gibt. Ich glaube, selbst die Zeitreiseromane habe ich dazu gezählt. Also ich habe da nicht großartig unterteilt, sondern einfach alles, was so ein bisschen realitätsferner ist, habe ich zu Fantasy einfach gezählt. Außer Dystopien und Science Fiction. Da habe ich nochmal eine extra Sparte für. Das nächste war dann, wie gesagt, alles, was in Richtung Liebesgeschichten geht. Das sind nicht so viele. Überrascht mich aber auch nicht, weil ich da immer noch eher zurückhaltend. Einfach, weil ich da nicht immer Lust drauf habe. Und ich finde einfach, dass viele Geschichten sehr, sehr ähnlich klingen und sehr klischeehaft klingen. Und deswegen kaufe ich da auch nicht jedes Buch irgendwie sofort und gucke mir die erst genauer an und höre mir ein paar Meinungen an, bevor ich sie mir kaufe. Und deswegen sind in solchen Geschichten auf meinem Sub auch nur 18. Das ist eigentlich auch schon ganz ordentlich, wenn man bedenkt, dass ich vor ein paar Jahren mich noch gar nicht für dieses Genre interessiert habe. Aber es sind halt echt nicht so viele. Und es sind auch wirklich darunter eigentlich viele Einzelbände. Ich gucke gerade, weil ich die Bücher hinter mir habe. Also Fortsetzungen habe ich eigentlich nur von After Passion Teil 4 und 5. Und Paper Palace, das ist ja der dritte, das habe ich als Fortsetzung bei den Liebeskrams. Und das andere sind eigentlich alles ungelesene Einzel. Ach nee, Türkisblauer. Oh Gott, das müsste ich echt mal lesen. Türkisblauer Winter, ne? Wisst ihr, wann ich Kirschroter Sommer gelesen habe? Ich glaube, das war Anfang Booktube-Zeit, Teil 2013 oder so. Das ist schon ewig her. Ich glaube, ich weiß die Geschichte gar nicht mehr. Ich müsste wahrscheinlich Teil 1 noch mal lesen, damit ich Teil 2 überhaupt lesen kann. Ja, aber sonst sind das, glaube ich, im Großen und Ganzen alles Einzelbände beziehungsweise erste Bände, die ich hier ungelesen habe aus dem Bereich. Joa, schon ganz ordentlich. Ja, dann das letzte Genre, was ich mir rausgesucht hatte, waren die Füller. So Sebastian Fitzek bei mir natürlich ganz weit oben, aber auch so Arno Strobel und wen habe ich noch? Ken Slaughter und Cody McFadden habe ich jetzt auch neu für mich entdeckt. Auch da sind es nicht so viele, weil auch das halt ein Genre ist, was ich nicht so immer lese, also nicht so häufig lese, weil ich da nicht immer Lust drauf habe. Und im Sommer zum Beispiel finde ich Füller so größtenteils unpassend. Ich habe gerade so einen Moment, wo ich da einfach Bock drauf habe, aber es passt eher so in die dunkle Jahreszeit. Und dementsprechend kaufe ich das auch noch nicht so lange und nicht so viel. Und weil ich ja da mit den Autoren immer so ein bisschen vorsichtig bin und mich nicht gleich an jeden neuen Autor irgendwie rantraue, anders als bei irgendwelchen Fantasy-Jugendbüchern. Auf jeden Fall sind es bei den Füllern 15 noch ungelesene. Ich weiß gar nicht, da sind auch einige Jugendthwiller dabei, wie Finstermoos und das hier von Ursula Fesnansky habe ich hier auch Elanus immer noch ungelesen. Und dann sind da ein paar bei... Ein Fitzsack-Buch ist dabei ein Arno Strugel-Buch, ein Cody McFadden-Buch, einmal Simon Beckett, dann die Tess Garrison, hier die die Vorlage für Resolient 1 im Prinzip ja geschrieben hat für die Serie. Also es sind so von verschiedenen Autoren und im Prinzip auch fast alles Einzelbände beziehungsweise das heißt Einzelbände, einzelne Fälle. Also bei Cody McFadden ist es ja immer das gleiche Ermittlerteam, aber immer ein anderer Fall. Naja, so zur Genre-Verteilung. Ich habe dann mal natürlich ausgerechnet, was da noch überbleibt. Es sind dann noch 88 Bücher, die überbleiben und sich auf andere Bereiche verteilen. Da sind dann Dystopien bei, Science Fiction, irgendwelche, ja so Chiclet und ähm... Wie nennt man das denn? In diese Realität... Na... Ah, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Heißt das Zeitgenössisch? Nein, ich glaube, das ist was anderes oder ich habe keine Ahnung wie war das nett. Auf jeden Fall so das normale Leben in einem Buch, ne? Solche Bücher, hier so VG-Romane und was ich hier noch habe und keine Ahnung, der kleine Prinz, das wäre dann zum Beispiel wieder eine andere Richtung. Das hätte man theoretisch auch zu Fantasy packen können. Das ist ja eigentlich eher so ein Kinderbuch. Was habe ich noch an Genre? Historisch besitze ich aber, glaube ich, nichts. Die sind alle nur ausgeliehen. Ja, alles so ein bisschen, was halt, was halt irgendwie in irgendeine andere Richtung geht, ist bei diesen 88 Büchern noch dabei, ist dann tatsächlich die Mehrheit meines Subs. Da ist aber auch mehrere Genres aufeinander gepackt und ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Ich habe dann mal ausgerechnet, wie viel Prozent der ungelesenen Bücher oder, nein, Moment, wie viel Prozent von meinen gesamten Büchern jetzt ungelesen sind. Das sind so ungefähr, wenn ich mich nicht verrechnet und verzählt habe, 31 Prozent ungelesen, also etwas mehr als ein Viertel. Ich glaube, Sorgen mache ich mir erst, wenn es die Hälfte ist. Ich glaube, wird es schon ein bisschen schwierig, da jemal hinterher zu kommen, aber bis dahin haben wir ja noch massig Lücken. Und dann dachte ich mir, da ja in letzter Zeit auch einige Mangas bei mir eingezogen sind, zähle ich doch einfach mal, wie viele Mangas noch ungelesen sind. Es sind gar nicht so viele, weil, wie gesagt, so lange, wann habe ich damit angefangen? Im Juni, glaube ich? Mai? Irgendwie so, kurz nach der Leipziger Buchmesse? Weiß ich gar nicht mehr. Mein Manga-Supp beträgt gerade mal sieben. Ich kann es noch an zwei Händen abzählen, es ist noch nicht so viel. Und die sind auch alle, wo sind sie denn? Da, nein, falscher Finger. Moment, wo muss ich hin? Ah, da! Da, da, spiegelverkehrt. Das ist mein Manga-Supp, dieses kleine Häuflein. Also, das ist echt mal nicht nennenswert. Und da ich im Moment auch nicht genau weiß, wohin mit den Mangas, weil ich kein, ich würde für die gerne so ein eigenes Regalfach machen, aber ich habe kein freies Regalfach mehr. Also stapel ich die Mangas momentan in dem einen Regal auf den Büchern, weil da ja immer bis zum nächsten Regal einfach so ein bisschen Platz ist. Und da stapel ich meine Mangas gerade drauf. Ja, und solange ich nicht wirklich weiß, wohin damit, werde ich, glaube ich, auch noch nicht so viel mehr Mangas kaufen. Aber mal sehen, wir wissen ja, wie das so ist mit den Vorsätzen und so, was Bücher kaufen angeht. Ja. Soviel zu meinem Sub. Ich hoffe, das hat euch gefallen und war mal ein bisschen interessanter, als wenn ich euch einfach nur eine Zahl nenne, das ist ungelesen und gucken wir mal, was passiert. Ich wollte es mal ein bisschen anders gestalten, in der Hoffnung, dass es ein bisschen interessanter für euch ist. Ihr dürft mir gerne mal erzählen, wie euer Sub so aussieht und natürlich, wenn ihr das so, wenn ihr das so im Überblick habt, auch was davon sind angefangene Reihen, was sind vielleicht Einzelbände und welches Genre habt ihr am häufigsten auf eurem Sub, würde mich wirklich, wirklich interessieren. Und ja, ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder. Ich denke, ich werde zum Jahresende nochmal ein Sub-Update machen, wobei, also klug wäre es, das vor Weihnachten zu machen, weil dann ist er noch etwas niedriger. Ehrlicher wäre es natürlich, wenn ich es nach Weihnachten mache und der Sub natürlich gerade ordentlich gestiegen ist, sprich Ende 7. Dezember oder vielleicht auch erst Anfang Januar. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, weiß ich noch nicht genau. Entscheide ich dann einfach ganz spontan, wie ich Lust und Laune habe. Und ja, ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert und einen Daumen hoch gebt und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video dann wieder. Tschüss! Oh, jetzt habe ich hier das Kabel. Seht ihr das? Ah!